Biggafam presents die echt kleine große Hyundai i20 Rallye. Hyundai los! Ich muss dann jetzt mal die ADAT an, ja? Ja, auch. Könnt ihr mich mal anfeuern? Danke! Das ist der Vorteil, wenn man eine Frau ist, dann schreit man Hilfe! Hilfe! Jetzt ist jemand zur Hilfe gekommen, aber es ist... Hilfe! Doris! Alle vier Kandidaten helfen! Roman, helf mir! Roman noch mal beim zweiten Teil. Doris nehme ich nicht. Die... ... die Radmuttern abbekommt. Die hat ja auch so fest... Komm Roman, lass mich mal ran! Uff! Harald, jetzt bitte! Siehst du, die haben gelöst! Was wollen wir dringend? 2-4 für meine Kollegen hier! Ja, ihr wisst, ihr wisst, ihr wisst. Ich mach mir jetzt aber... Fahr nicht mit! Aber fahr nicht mit! Habe ich mir gedacht, das ist ja nicht... Das ist jetzt einfach... So, so ist der... Der Startstoff kommt aus! Unter 8 Minuten! Nee, echt? Das ist ja geil! Hätte ich nie mit gerechnet! Doris, komm, da hab ich ein Küsschen verdient! Wollen wir noch eins fliehen? Komm, noch eins fliehen! Komm, machen wir noch mal! Unter 8 Minuten! Und? Und was ist das erste Mal? Mit mehrlicher Hilfe? Wollte ich gerade sagen... Ohne euch wäre ich unvollständig!